Hallo, ich melde mich nur ganz kurz heute, denn ich möchte auf eine Umfrage aufmerksam machen. Ein paar YouTuber und Content Creator und Blogger und alles mögliche haben sich ein bisschen zusammengeschlossen, um so ein paar Dinge auszutauschen. Und in dem Bereich hat jetzt Frosty eine Umfrage gestartet. Es geht dabei um YouTube-Content, um YouTube-Videos zum Thema Pen & Paper, Rollenspiel und so weiter. Also da geht es jetzt um alles Mögliche. Die Umfrage dauert unter 10 Minuten. Ich würde euch bitten, macht mal mit. Ich habe es unten in der Infobox mal verlinkt. Es geht einfach dazu, wen kennt ihr schon auf YouTube, welchen Content seht ihr gerne, wie lange sollen die Videos denn sein oder was findet ihr super, wie viel Uhr guckt ihr das und so weiter und so fort. Ja, das würde ich euch mal bitten, schaltet mal rein. Ich mache das jetzt hier wirklich nur ganz kurz. Schaut euch die Umfrage an. Ihr unterschreibt keine Waschmaschine oder irgendwas. Wie gesagt, unten in der Infobox geht es direkt zur Umfrage. Viel Spaß beim Mitmachen. Und ja, vielleicht verbessert das ja auch so die Wahrnehmung oder das Verständnis, was ihr gerne sehen wollt. Macht's gut, Leute. Ciao.